Und wir selber haben die Erfahrung auch gemacht. Ich habe meinen Wirtschaftsministerkollegen erstmalig in Berlin getroffen, habe gefragt, ihr müsst ein paar alte Themen regeln, wie sieht es aus mit der Wettbewerbsfähigkeit, was wollt ihr machen? Da hat er gesagt, jawohl, machen wir, in zwei Wochen ist das Problem gelöst. Anderthalb Monate später war ich also in Athen, bin nicht wirklich freundlich empfangen worden, aber ich war da, wieder gefragt, wieder die Antwort, wieder in zwei Wochen werden wir das Problem gelöst haben. Wiederum anderthalb Monate später war der Kollege bei mir in Berlin. Achtung, jetzt kommt der Fortschritt. Er hat jetzt gesagt, nicht in zwei Wochen, sondern in einer Woche haben wir das Problem gelöst. Auch das ist wieder zwei Monate vorbei. Ich will das hier sehr offen sagen. So wird man die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht steigern können.